Hallo, zweieinhalb Wochen Mallorca sind rum und es war eine tolle Zeit in unserer Finca. Wir waren zu sechs mit einem Hund für zweieinhalb Wochen hier und es hat uns viel Spaß gemacht. Wir hatten top Wetter, die Finca war super und jetzt heißt es nach Hause fahren. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Viele Grüße aus Mallorca. Finca Jorca. Urlaub dir was?